Herzlich Willkommen zurück, Sacred 2 Fallen Angel mit... BlackBee und Daddy. Genau, wir sind immer noch im freien Spiel und weiter geht's. Folge mir, wohin auch immer. Weil irgendwie ist das ja eh ein freies Spiel, ne? Äh, hallo? Ja. Jetzt, ah, okay. So, wohin wollen wir denn? Sprich, sprich, sprich... Meine Ahnung, wollen Sie tun? Also ich würde ja ganz gern mal hier zwischen Drachenschlund und Tölysium in Verbindung aufbauen, also weil da ist ja irgendwie alles ganz grau. Ne. Doch, bei mir ist aber alles grau. Ja, weil die Medien hinterhergezogen, bis deswegen, hinterhergebrochen, bis deswegen, bei mir nicht, bei mir ist das schon alles. Ja, also nicht, so weitblick. Wie, was, wer, was, wo? Weit, wei, wei, blick. Und so heißt sich dann. Und ich kann mal gerne machen. Ist bei mir hier auf der Karte, ob ich drauf, dann liegt mal los. Und ich kann mal hin und ich komme dann hinterher. Ne, Moment. Ich bin nicht falsch hier. Ja, okay. Nämlich unten nach Arendt, Röro. 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 Insel der vielen Wege. Okay. Soll ich dich mal anklicken? Und zu dir kommen? Ja, ich bin nicht in Weitweg. Ah, okay. Auf der Insel der vielen Wege. Oh, ja. So, wo ist er denn? Da ist er. Weil ich immer erstaunlich finde, ist, wir portieren uns ohne Pferde, aber unsere Pferde sind trotzdem da. Gut. Ja. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was du da hinten? Wohin gehst du? Das ist die nächste Frage. Was machst du? Wohin gehst du? Und was will denn da? Die Frage ist, wo bist du denn? Hier ist so eine Arena, da bin ich gerade rein. Hm. Warum, du bist du? M. Ja. Ja? Ah, jetzt. Ja. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Also, ich wollte. Selber Witzbold. Ah, okay, so. Ja. Hi. Du warst der Feuer auf der komischen Insel der vielen Wege, da bekann ich dann nicht. So. Okay. Lass mal gucken. Ah, die haben zum Beispiel die Portaleignal nicht aktiviert. Witzhabes aktiviert. Weiterblick. Da habe ich den Weitblick. Wohin geht's? Sprich mit mir kommen wir gehen mal und jetzt hier eine Quest machen. Ne, Quest machen. Äh, hier keine. Sie ist keine Quest. Moment. Moment. Ich rege mal ein bisschen durchgegeben. Was für ein herrliches Gefühl. Was für ein herrliches Gefühl hat sich das mal im Parkplatz gesagt, dass das was für ein herrliches Gefühl. Komm nach zu dir. Komm nach, da rauchten Frosch über die Straßen. Nee, war. Ja. Komm nachher jetzt. Ja, mein, 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 was auch nicht. Äh, nee, da. Okay. I'm on the way. Nimm die Quest mal an. Damit die Zuschauer so lesen können. Äh, ich sehe im Augenblick nicht, welche Quest du meinst. Achso, hier diesen Fragebogen-Typen hier, diesen Fragebogen-Typen. Okay, dann machen wir mal. Also, Chef-Koch-Paul-Gemüs. Was wünscht ihr? Bringe-Paul-Gemüs-Tig-Träuter. Habt ihr auch solch große Wunsch? Diese unfletien Rabauken. Äh, was? Nee, Barbaren. Wie können sie es wagen? Misch den großen Kochkünstler aller Zeit um zu bestehlen. Jungfrauen geben sich mir ihn für einen Löffel Pudding. Könige haben Tränen in meinem Muß vergossen. Einige Fröhnen der Fellerei, wenn ich koche. Und das Schlimmste ist, dass gerade das Euter. Ah, heute wichtiger Besuch, Naat. Ein Gourmet von außerordentlichem Ruf, dessen Urteil über meine Omelette mein Untergang sein kann. Ich benötige meine Kräuter und wundervollen Essenzen, um meinen weltberühmten Omelette zu kochen. Die Karawane mit den Kräutern wurde im Osten überfallen. Willst du dort hingehen und den rhabarbaren Manieren beibringen? Belohnung 662 Gold. Das war so schön. Ja, komm, wir holen mal den Jungen, seine, seine, seine Freude. Das beste Omelette von allem. Na, schauen wir mal, ob es das beste Omelette von allem wird. auch Paul Gemüse und Gemüse Paul Gemüse zuerst und die Konkurrenz von der Barriere die GmbH in die Augen aus jetzt schon k aber ich muss mich hier gleich erst mal prügeln da zieht man ein bisschen auf den Keks hier aber du bist auch schon dabei echt mal so langsam so wollen wir mal weiter Herrn Gemüse sein Gemüse holen aber nicht sein Kräuter aber wohin müssen wir noch ein paar hier sind schon wieder oder ist ein Bär Alter ja ich hab jetzt andere Probleme naja aber das ist ein Bär ja wollen amal so wer wenig zu machen diese Anleitung werden nichts machen okay aber jetzt kommt die Schöner sind wir hinterher wollte ich doch ein bisschen was und was soll ich schon wenn du auf Tabulator drückst du sehen die Prozent der Arzt immer ein Zeugster und wie durch die Tür der Leuchtturm und nicht mehr nur die Tat an der Frau und wie dein Geist oder ein Weiß von hier oder keine Ahnung aber wir haben die Kräste eigentlich abfüllt wieso wenn ich schon habe aber auch was gilt so richtig gut das ging dann doch schneller als erwartet Bede Nähmänner auch zu verzeichnen von was geschafft weil sie noch nicht immer nicht arbeiten ja das sind sie schon ganz an und leider ist ein Ausdruck bezeichnen das ist vorbei er hat er hat ausrufezeichen über dem Kopf mal aber was er gegeben oder soll ich machen nehmen und hier auch zu sehen und da bist du ja und meine Kräuter herren kommt ein märz nicht du die Kräuter herr hier ist eine Belohnung niemand soll sagen dass ich der berühmte Paul Gemüse nicht großzügig wäre aber es war leicht das war klar auch aufschlossen 803 für die Existenz und ok dann lassen wir noch ein sohn hier weiter mit ihnen sie machen m ich erinnere mich in diese Standarte oder Schilder ja rein Weißt du, warum? Was willst du da drin? Ach, okay. Ich käme rein nicht darum.